Moin und willkommen zurück zu Fortnite für die, äh, nicht für die Switch, sondern für den PC mit Mario zusammen, hallo. Guten Tag. Ja, moin. So, komm, Domitotown, oder? Okay. Ich hab mich mittlerweile vom Gedanken verabschiedet. Ja. Naja, du weißt. Wilde Towers. Wilde Towers und so, ja. Finde ich nicht so geil. Ja. Sterben wir sowieso sofort. Okay, dann, ähm, 3, 2, 1, los. Oh, skitz. Okay. Mal gucken, vielleicht werden wir diesmal ja zwei Leute killen. Mal gucken, also im letzten Part leider nicht so, aber vielleicht in diesem Part. Mal gucken. Also, wenn wir direkt mal eine Shotgun zu Anfang kriegen, vielleicht. Okay, ich lande, okay, toll. Mal gucken, sehe ich hier Leute? Sehe ich hier, Iven. Ja, da ist. Mal da zu den Häusern gehen. Meinst du hier? Ja. Ja, okay, machen wir. Also diese kleinen Bauernhäuschen, ja. Ja. Ich seh da auch schon was, aber ich weiß halt nicht genau, was das ist. Ah, ein Revolver, ja, okay, kann man sich mitnehmen. Hier ist eine Truhe. Kann man anfangen, ja, okay, nice. Aber war nichts cooles drin, nur eine Waffe und das war's. Okay, ja, schön. Ist auch schön, dass diese Special-Truhen so, äh... Ja, und verbannt halt, aber es war halt nichts weltbewegendes. Ja, okay. Okay, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht ein neues Haus finden über den Berg oder so. Wobei auch da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die Leute von Tomato Town kommen und dann direkt... Irgendwo langglaufen, ja. Die Kakao, ja. Deswegen vielleicht Anarchy Acres. Können wir machen. So ein bisschen drumherum. Vielleicht ist da ja was. Sass. Aber wir sind doch schon mal direkt in der Zone drin. Das heißt, die, die jetzt, ich weiß nicht, bei... Beim Wood waren, die werden jetzt hier hinkommen. Ja. Also wir werden wahrscheinlich gleich in ein Gefecht reinkommen. Und da unten ist irgendeine Waffe, ich will die mir schnappen. Das ist ein Verband. Ne, das ist Munition. So viele Häuser aneinander, ey. Das gefällt mir nicht. Ja. Ist immer so... Ja, gleich kommt Kampf und dann sind wir tot. Mhm. Aber wir haben ja die letzten Parts eigentlich relativ lang durchgehalten. Ja. Scheiße. Ich wollte da hoch. Fast. Fast. Funktioniert. Ja, aber auch nur fast. Fast. Ich glaube, das war es nicht wert. Ich glaube, da ist sowieso eine Munition, also. Umbringen wir es auf der anderen Seite auch wieder so einen Revolver. Ja. So, sind wir hier in dieser Revolverrunde? Ich habe jetzt zwei Revolver hier. Was ist das? Unglaublich. Boah, mach mir doch nicht so eine Angst. Doch, mache ich. Okay, sehr schön. Oh, ich hoffe... Oh, hier im Laster ist ein... Eine Truhe? Eine Truhe, ja. Halt auch so. Oh, sehr schön. Ähm... Kleider Schilddrank. Mhm. Ich schmeiße den dann direkt hin. Bitte schön. Schön. So gönne dir den Scheiß. Drink it. Drink it for me. Drink it. Ich habe nämlich ein Seifensturm. Ja, Seifensturmgewehr. Hm, ja, für den Anfang. Hätte ich eben einen Pumpgun gehabt, aber... Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. Die Türen sind geschlossen. Das heißt... Muss schon jemand drin war? Die Türen sind geschlossen. Und da ist auch irgendwie... Nichts kaputt. Okay. Und da die Zone gleich auch in einer Minute kleiner wird vielleicht. Ja, geh mal in das Haus rein. Ich gehe in den Speicher. Hä? Boah, ich hoffe, da ist kein Schwein gewesen, ey. Mach keinen Scheiß. Hier ist nur noch ein Stein. Das heißt, hier war schon jemand. Was? Wohl. Das kann nicht sein. Wir haben ja eine Truhe. Ich habe Medikit. Ich habe alles. Stimmt, die Truhe ist auch... Ja, stimmt. Die Truhe ist auch zu. Deine Ding zumindest. Ja. Okay, aber nur die gleiche Scheiße bekommen wie sonst. Und hier ist auch noch eine Truhe. Irgendwo. Ja. Und ein Schilddrank. Sehr schön. Nice Tendo. Okay. Ich gehe mal ins andere Haus. Gucken, ob hier schon was ist. Ah, eine Pumpgun. Ja, perfekt, Alter. Gucken, ob ich die nutzen kann. Okay, sehr schön. Hätte ich direkt auch mal in den Hauptraum rein. Oh mein Gott, ey. Wie baue ich? Ähm, du gehst auf B oder auf den B-Knopf. Ja. Und dann? Was drücke ich, um fertig zu bauen? Ähm, ZR. Ah. Und du switchst halt mit X, mit Y. Du switchst halt die Art und Weise halt, ne? Ja. Was du bauen willst. Okay, also ich bin schon relativ gut gerüstet. Ja, aber mir geht's ganz gut. Jetzt mit dem Schilddrank. Wollt da jemand rein? Die Tür auch. Nee, nee, ich war's. Ich war's. Ich war's. Fertig. Oh, bist du das? Ja. Okay. Okay. So, ich hab schon mal 15 Munition. Das ist gar nicht mal so scheiße, Bitch, für meine Shotgun. Ist da oben was? Hast du das gesehen? Ja, ja, da hab ich schon. Da war ein Sachboden mit ein paar Waffen. Okay. Oh, ja, schön. Okay, es sind noch 39 Leute am Leben, Mann. Was ist denn da los? Echt? In die Zone ist noch keinmal keiner geworden. Ich hab das Gefühl, das Balancing ist so im Arsch in diesem Spiel, dass die Leute zu früh sterben. Sind die alle bei Tilted House, oder was? Nein, ich. Ja. Ich seh keinen. Oh, nee. Okay, dann, ähm. Wollen wir Richtung Zone? So langsam, ja. Oder wo wir... Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Schön, rein theoretisch noch. Ja, vielleicht nochmal hier das Dach erkunden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon den Dachboden erkundet hab. Nee, hab ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob da oben was ist. Ah, da ist... Da ist ein Maschinengewehr. Ja, da ist ein Maschinengewehr und Munition. Also, wenn du willst, wenn du eins brauchst, dann kannst du... Nee, nee, ich hab noch. Okay. Oh mein Gott, ich hab Angst, ey. Ja. Ja. Jetzt, wenn irgendjemand von hinten kommt oder so. Ja, klar. So richtig ekelerregend. So, weil einige halt so von, von Mount Wildwood... Nein. Wailing Woods. Mount Wildwood ist ein Ort aus Yokai Watch. Wie komm ich denn da rauf? Hups. Hm. Nee, Mount, ähm, hier, Wailing Woods. Wailing Woods. Zeit, nicht dahin zu schneien. Ist nein. Nein. Laufen. Ich seh' keiner, die jetzt noch Richtung Zone laufen. Ja, jetzt gerade auch hier. Beim Bauernhubs ich, glaub ich, auch keinen. Oder hier generell in der ganzen Gegend. Ja, ich würd' auch noch zum Häuschen entlaufen, aber das ist zu weit weg. Da würden wir schaden. Ja. Okay. Oh. Das sind definitiv welche, die uns bestimmt gesehen haben und sich jetzt überlegen, gerade über Skype sprechen und sagen, ja, geh du mal da lang. Ich geh da lang. Ja, Skype. Dann koppen wir die weg. Skype, Discord wahrscheinlich. Das sind alles Discord-Kinder dann. Oder die nutzen den Spiel-Chat, wenn man richtig dumm ist. Ja. Oh, da ist ein Bergwerk und da war noch niemand drin. Oh. Da ist ne Truhe. Versuch uns den Rücken frei zu halten, obwohl das eh nicht geht von beiden Seiten. Aha. Verbände hab ich schon, nimm du mal ruhig. Ja, ich geb mir das bessere Sturmgewehr. Ah, wobei, ich hab Medikit, ich brauch den Verband nicht. Okay. So. Das müssen wir aber auch so langsam gucken, dass wir in Richtung der Zone laufen, weil die ist dann doch schon relativ weit weg. Die ist sehr, sehr weit weg, ja. Ich glaub, das macht das Spiel auch anhand der Spielerzahl aus, ne? Dass es halt, wenn etwas weniger Spieler sind, dass es halt direkt mehr nach innen zieht. Ja. Und die Zonen kleiner macht. Aber die wissen ja nicht, wie viele Spieler von den wenigen Spielern in der Zone drin sind. Das ist doch egal. Es geht ja um die tatsächliche Anzahl der Spieler. Wenn das Spiel sieht, hey, da sind noch zu Anfang 50 Spieler am Leben, machen wir die Zone ein bisschen kleiner. Also die wird kleiner als sonst? Ja, doch. Weil, guck mal, das ist gerade die zweite Zone. Ja. Und jetzt schon haut das Spiel so auf die Kacke. Und die ist auch nur noch eine Minute entfernt, bis die kleiner wird. So müssen jetzt wirklich, also eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr. Und es geht natürlich, wer jetzt jetzt gedacht, auf die Tilted Towers. Und die, die halt schon von Anfang an da chillen, die haben schon so gut wie gewonnen. Was heißt so gut wie? Da ist so viel Loot, die haben gewonnen. Mhm. Da kann man auch schon mal ein paar Glückwünsche raushauen und verteilen. Und dann läuft's da, Kai. Kann ich gar nicht, ich kann dir gar nicht helfen, wenn du da so weit weglaust. In Richtung Zone halt, ne? Da, da komm ich eben ein bisschen auf dich zu. Da ist ein Haus. Aber die ganzen Häuser gerade eben, da war ja niemand. Mhm. Kein Mensch war dort. Und ich denke mir so, okay. Da sind die wohl, obwohl der Bus ja in dieser Richtung war. Ja. Oh, da unten ist, glaube ich, was ist denn da? Taktische Schrotflinte auf, episch. Irgend so ein Kack. Ist die besser als meine Shotgun? 70. Und die macht 90, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Lass ich mal. Nein, wir müssen laufen. Jo. Und zwar, keine Umwege mehr. Jetzt gilt's. Wobei, ich hab hier noch ein bisschen Shotgun-Money. Hat er sie aufgehoben? Ja. Oh mein Gott. Ich hab jetzt 30 an Shotgun-Money. Mhm. Also, abgesehen davon, dass ich sie sowieso nicht benutzen werde. Ich mein, weil, wenn wir jetzt noch Gegner treffen, dann werden die uns schlachten. Ja. Eindeutig. Und es sind halt noch 23. Da sind in letzter Zeit nicht mehr viele gestorben. Und da wurde auf jeden Fall schon gebaut. Ja, die Frage ist, ob das jetzt gemacht wird. Ja, ich glaub nicht. Ich glaub nicht, dass sich hier noch jemand befinden wird. Ja doch, auf dem See auf jeden Fall, aber. Ja, und da sollte man vielleicht einen Bogen drum machen, ne? Weil, wie oft ist es passiert, dass wir... Oh, das ist sowas von eine Falle. Den Minigun bekommen. Oh. Muss man aufladen, ne? Was denn? Den Minigun. Und die Aufladung. Ja, ja, genau. Das ist so ein Gatling halt, ne? Ein Gatling-Gun. Lass uns am besten den Berg hoch, ja? Da haben wir keine Zeit für. Ja, sch... Scheiße, ey. Und hier lang. Deswegen lass die Bäume mal ruhig stehen, dass wir so ein bisschen geschützt sind. Ja, sicher, sicher, sicher. Aber ich weiß, schon jetzt, ich kann jetzt schon sagen, auch bei den ganzen Stellen der Lootballons, die ja schon alle rumfliegen, ähm, beim Haus da hinten auf dem Lake, ich meine, da ist ja auch noch Pool dazu drin. Da sind welche, und die werden uns jetzt wahrscheinlich gleich mit ner Sniper wegholen. Deswegen sollten wir jetzt, wollen wir hier irgendwo rein? Oh. Ui. Ja. Aber die nächste Zone ist jetzt zwar nicht ganz so weit weg, also können wir eigentlich ruhig noch 30 Sekunden hier bleiben. Ja, wurde auch gerade eben noch gebaut und hier auch, wobei abgebaut wurde auch und, mhm. Hier können wir welche sein. Hä? Hochgehen. Irgendwo habe ich Schüsse gehört. Am besten duck dich mal, weil wir müssen gucken. Von da oben vielleicht. Da oben ist ein frisch gebautes Haus. Da sind wir relativ sicher. Ja, aber wir haben noch eine Minute Zeit. Wir sollten vielleicht auch jetzt mal in Richtung Ja. Zone abhauen. Oh mein Gott. Passt du? Ich hatte ja Angst, weil... Ich hab dich so gesehen, so richtig plötzlich. Machst du da kaputt? Ja. So Schutzwein? Das können wir uns von außen abballern. Beziehungsweise wissen, dass wir da sind. Ich höre Schüsse, Alter. Von irgendwo hier kommen Schüsse. Ich höre keine. Lass uns mal irgendwie weiter rechts. Vom Geschehen weg. Draußen? Ja, ja, von... Ja, ja. Runtergesprungen? Ja, genau. Von wo schießen die denn? Beim Lootballon? Auf dem See? Denke mal. Oh, wir müssen... Wir müssen langsam los. Ja. Wir kommen jetzt nicht immer näher. Aber jetzt ist ja gut, wir weichen der Konfrontation ja nicht aus. Es kommt ja bloß keine. Ähm, ja. Ne? Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt die ganze Zeit... Rüchten. Wir laufen halt zwar jetzt nicht unbedingt die... Die... Die Strecken ab, wo man auf jeden Fall... Ne? Tilted Tower, etc. Aber es ist ja nicht so, als würden wir jetzt komplett... Seltsam spielen. Wobei wir uns jetzt auch richtig auf Tilted Towers zubewegen, ne? Und ich bin mir nicht sicher... Fuck! Hi! Von da hinten, von da hinten. Ja, nichts gesehen. Oh mein Gott. Komm, den schlappen wir uns. Das ist, glaube ich, ein Typ, der ist alleine. Fuck it. Wir haben ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Hast du ihn? Oh mein Gott, Alter. Auch schon gekillt? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Nice, nice. Wir haben einen Kill gemacht. Oh mein Gott. Wir haben ihn geschafft. So, und jetzt lass uns beilen. Abschgesicht. Und er denkt sich jetzt so, er steht auf einer Zone. Ja. Ihr Wichser. Also, ich hatte gerade eben, ähm, ich hab da ein bisschen was abgezogen mit dem Sturmgewehr. Hm. Das Problem ist, wir müssen mitten durch Tilted Tower. Ja. Wir haben keine andere Wahl. Das ist das Problem, weil von oben... Ich hab keine Schutzdings mehr. Ich hab dann noch 50. Du auch nur noch, ne? Ja. Ich hab nur noch... Ja, ich hab auch keinen Schutztrank mehr. Also, ich hab jetzt nur noch das restliche Rest an Leben. Ich hab vielleicht noch Medikit, aber das war's dann. Ja. Locker hier kommen jetzt ein paar aus der Ecke und killen uns dann. Ja. Ja, die warten ja schon nur an den Rändern. Ja, die warten auf uns schon, das ist ja klar. Also, wir kommen da gar nicht runter. Kommt. Tun wir schon, springen wir halt, ne? Oder dann gehen wir raus. Ja, sonst sterben wir. Wollen wir auch jetzt noch mitten... Hier können wir langlaufen. Gleich in der Zone sind... Und da wird hinten gebaut. Schon grad gesehen. Oh. Und das Problem ist... Naja, die Schweine hier. Nee, so ein bisschen lang. Hm. Wir müssen quasi mitten ins Gefecht. Da hinten ist jemand, da hinten ist jemand. Da hinten. Hä? Ja. Da hinten. Ah, da schützt sich der Bastard. Oh, bei... Scheiße. Sehr schön. Sehr schön. Komm, den holen wir uns. Den holen wir uns. Ich muss öfters nachladen, ey. Das geht nicht gerade richtig hart. Mit einem Treffer hat er mich getötet. Ach du Scheiße. Also ich... Warte auf, das ist da. Fuck it. Ja, fuck it. Fuck. Fuck, 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 fuck. Dreckiger Bastard. Soll das denn erst... Komm, komm, sein Leben. Ja. Wir hätten ihn fast... Das ist so richtig... Dick's Knödel-Gesicht. Weißt du, wir hätten den so... Es wäre nur noch eins so ein Ding gewesen. So ein Scheißhund. Ah. Fuck it. Ach ja, der erste Hilfe-Kit. Ich dachte schon, hey, wie hat der sich denn bitte? Das war nur eine Person, weißt du? Das ist ein richtiger Abfuck. Ja, und dann nur noch zehn Energie. Das wäre... Vor allem, ich hätte zum Seilbesturmgewehr wechseln sollen. Ja, weißt du? Weißt du, er macht... Ja, aber die setzen diese Pumpkarn echt gut ein, ne? Ja, ja. Ich kann das gar nicht so richtig. Du musst halt wirklich, wenn du nah bist, brauchst du, glaube ich, bei der Pumpkarn auch einfach gar nicht zielen. Ja, wir hätten es aber auch bauen sollen, weil der hat sich ja auch tot gebaut. Und hat halt... Ja, ich weiß es nicht. Ja, und die Pumpkarn vielleicht benutzen müssen. Ja. Ich habe die Pumpkarn halt auch nicht benutzt. Die hat ja eine Pumpkarn. Ich habe halt weiter mit dem anderen Gewehr geschossen. Mit der Pumpkarn hätten wir auf jeden Fall mehr Schaden gemacht. Dann hätte er auf jeden Fall weniger als zehn übrig gehabt, und wäre tot gewesen. Ah. Vor allem, ich glaube, den meisten Schaden hast du ja auch ausgeleitet. Ich glaube, ich habe keinen Schaden gemacht, obwohl ich halt dafür gesorgt habe, dass die meiste Holzfassade kaputt geht. Ja. Ah, richtig bitter. Naja, egal. Brudingos, das wäre es dann auch wieder für diesen Part. Ja. In diesem Sinne. Mario, danke fürs Zuschauen. Ich habe gerne zugesehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein, ciao. Bye, bye. Bye, bye.